Hallo, ich bin Remo und ich präsentiere euch heute ein iPhone-iPod-Glitch. Wenn ihr ein Code habt, also ein Kennwort, und es ein Palma-Fansch eingibt, das kennt ihr schon, kommt das hier, in eine Minute erneut versuchen. Wenn ihr hier lange drauf drückt, dann kommt die Ausschalttaste, müsst ihr in die Mitte fahren und dann auf Abbrechen drücken, und dann steht hier plötzlich nichts mehr. Und wenn ich jetzt warte, kann ich wieder rein und dann zeige ich euch noch ein bisschen. Jetzt muss ich warten, leider. Okay, eine Minute, kann lange dauern. Kann sehr lange dauern, eine Minute. Jetzt kommt das auf. Ähm, ja, es könnte eher bewegsen. So, jetzt gehe ich ran. Gut, darf ich anfangen. Jetzt, wenn ihr hier noch mal lange auf die, ähm, Abschalttaste drückt, ähm, jetzt ist das bei mir schon, in der Mitte. Das sollte leider nicht sein. Dann mache ich das noch mal. Drückt ihr ganz lange auf diesen Knopf hier, den leider nicht zu sehen ist. Fährt ja auf, geht ja mit dem Finger auf die Mitte. Hier auf. Abbrechen. Abbrechen. Wir hoffen jetzt mal, es hat geklappt. Also raus müsste nicht gehen. Oh, hat nicht geklappt. Nochmal. Und abbrechen. Jetzt, wenn ich das noch mal probiere. Okay, es leckt ein bisschen. Es sollte eigentlich gehen. Okay, es leckt ein bisschen sehr. Ja, jetzt geht es wahrscheinlich. Weiß nicht. Ja, jetzt hat es geklappt. Seht ihr, es ist in der Mitte. Also, erzählt es euren Freunden. Probiert es aus. Und probiert es aus. Ja, jetzt geht es.